Was passiert, wenn Sie während der Arbeit einen Unfall haben? Ich arbeite in der Bibliothek. Na gut, und was ist, wenn Sie bei einem Autounfall durch die Windschulscheibe fliegen? Oder Sie stehen auf einer Leite, säubern die Regenrinne und fallen von dem verdammten Ding und brechen sich das Genick. So etwas passiert. Jeden Tag. Oder Leute schlafen mit einer Zigarette im Bett ein. Die verbrennen, sind tot. Was ich sagen will, ist, die Leichenhäuser sind voll von Leuten, die keine Lebensversicherung haben wollten. Ich meine, Sie könnten viel ruhiger schlafen, wenn Sie wüssten, dass Ihr Junge... Oder Mädchen, klar, oder kleines Mädchen abgesichert sein wird.